isaac and his isaac lived alone in a small isaac on a isaac was simple and they were both isaac hi Leute und willkommen zu der Binding of Isaac Afterbirth Plus wir spielen zusammen mit Iggy ich bin noch nicht allzu weit also entschuldigt meine Nubigkeit wir spielen die true co-op mod denn isaac war nicht alleine und das normale co-op ist kacke ich spiele als Magdalene von den ganzen Charaktern gibt es nur zwei Charakter die ich persönlich am meisten mag und einer davon ist Magdalene ich weiß sie ist ein bisschen fast aber ist mir egal ich mag sie Na ja Für die die nicht wissen was isaac ist Ihr werdet schon herausfinden Oh Renn Nein Aua Nein Tut mir leid Ich konntest nichts sehen Was ist das? Ähh Sollte ein Space Atom sein Ja Welche uns Irgendeinem Karten Effekt gibt Ich Wäre aber nichts Ah ne die gibt es ein Ok wir braucht Mike Da hast du ein Blaumstein Du nimmst jetzt dieses Item Dann gehst dir nimmst die Batterie Nimmst das Genau Ja weiß es ja Wieder diese Batterie Und dann ist es wieder Yeah Iggy hier Ja Ja Genau Ja Genau Wir sind bereit Warum Warum spawnt ihr direkt bei mir Super Kann ja voll was für Oh nein Iggy ist nicht gut Iggy fass auf bitte Pass auf Oh Ahm wer nimmt das Das nimmst du Und weiter geht Weg 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 Alter wie viele spinnen sind das überhaupt Oh fuck oh fuck oh fuck oh fuck oh fuck Habe ich das Moment Auf wen Auf wen Oh Was machst du Was machst du Nein Mike Der Delay Is real Nein Ich bin wirklich einfach gar nicht mehr Was hast du gemacht Wow Werfelt 100 pro Let's go Oh nein Warum ist die pink Oh fuck Hier gibt uns irgendetwas Ja Mh Was die pink ist Ja Zwei Herzen hat er uns gegeben Nimm du Nimm du die Herzen Ich kann es so gut gebrauchen Okay, nice Also ich habe schon mal gute Items Tut leider noch nicht viel Das gehen wir auf jeden Fall noch hin, komm, das gehen wir hin Ja, wir haben einen guten Run gerade Ja, aber Was ist das? Was ist das? Was macht der? Oh, der ist cool, hätte ich gern gehabt Naja, ist nicht allzu schlimm, weil ich bin die Lübe Ich habe nicht, ja, das ist ein sehr guter Run, würde ich sagen Jo Auch mit den Lags, die du da hast wegen Remote Player Bei dir läuft es halt nicht Bei manchen Leuten läuft es halt besser als bei anderen Aber gut, das ist allgemein nicht ganz so stabil Hier, nimm das, nimm das Nimm, 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 ja Okay, äh, rein da Was macht, oh, wieso so klein alles? Hast du die Box benutzt? Danke Hä, lol, wie einfach Geert auf mich Oh, siehst du das, was ich da sehe? Ja Siehst du das, was ich da sehe? Siehst du das, was ich da sehe? Ja Siehst du das, was ich da sehe? Fliegen Scary Ich hab Flashbacks Aber auf einen guten Run Also ich kann mir so viel Herzen machen mit der Karte Das sollte eigentlich die Karte sein von Von ihr Von ihr Oh mein fucking Gott Oh, wie, wie lebe ich noch? Oh, wie lebe ich noch? Ich habe das, was ich da sehe? Bis zum nächsten Mal Also ich habe das, was ich da sehe? Das ist ein, 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 das ist ein. Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Oh, aua, das hat weh! Bissen Sie sich bitte! Bissen Sie sich! Dankeschön! Nice! Die Bibel! Was macht das? Das ist keine Bibel! Soll ich benutzen? Das ist auf FIFA besser, wie das, was du jetzt gerade hattest! Warum? Das gibt dir blaue Herzen! Hä? Echt jetzt? Echt jetzt! Hä? Das ist einfach das gleiche, aber ein viel besser! Oder nicht? Ja! Let's up, Junge! Viel Glück! Ich würde sagen, Boss! Das ist echt ein guter Run, tatsächlich! Ja, sag ich ja! Deshalb will ich nicht abbrechen! Ich will machen! Let's go! Steht das auf? Ja, ich nehme alles auf bei jetzt! Oh, Alter! Was? The fuck? Zwei Gegner? Ja, doppelt, äh, Bosse! Lass erst mal Monstrum machen, der kann nichts! Nicht, dass er uns einen behindert! Ich kann beide nichts! Ja, aber guck! Der andere, der macht ja auch nicht, der zersplittet nicht! Genau das meine ich! Okay, Monstrum ist down! Jetzt können wir machen! Nice! Wow! Okay, nice! Mega einfach! Äh, nimm du das! Gut! Ähm, weiter auch an, oder? Warte, nimm das Herz, nimm das Herz! Wieso? Nimm es doch! Ach so! Ich hab das, ich hab das herzlich gesehen, das leer war bei mir! Mach! Dein Dings! Dein Alter! Das ist ein wunderschönes, ein wunderschöner Raum! Mach mal so, Sun! Ja, das nehme ich diesmal mal! Ja! Und jetzt? Jetzt kann er weiter! Okay! Wow! Okay, jetzt kommt die Moody! Moody! Da haben sie das schon gesehen! Ja! Isaac war einfach. Und sie waren beide Isaac. Okay, Bosskampf gegen Mami? Ja. Hast du die Box benutzt? Nice. Scheiße. Das ist ein Fickwicher. Nein! Schade. Der Hinterkopf kotzt mich so an gerade. Schon wieder, wow. Haben. Nice, wir haben es geschafft. Ich hatte gerade kürzlich für ein Tuch. Dann weitermachen, oder? Ja, weitermachen. Juhu, rein da ins... Ja, wo wir reingehen, das könnt ihr selbst entscheiden. Oh nein, mein Ding ist abgefallen, obwohl ich eigentlich ein Mädchen bin. Egal. Oh nein. Isaac war einfach. Und sie waren beide Isaac. Wir sind zwei Dämonen auf einer Mission. Wir wollen unsere Mutter erhöhen. Äh... Yes! Ist das gut? Kohle. Oh, Kohle ist gut. Oh, pass auf. Das ist ein Item für dich. Da ist ein Herz. Hol's dir. Hol's dir. Soll ich die nehmen? Ja. Wuhu! My X-Mas Present! Yeah! Alter, guck dir an, wie wir schießen! Hohoho! Holy Shit! Ja, geil! Tot! Oh mein Gott! Es ist tot! Okay, ja, ein bisschen chillig so, ne? Oh! Aua! Das hat weh! Ja, du Arschloch! Hat ein schwanz Herz gedobbt! Nimm es! Als ob wir Devil Deal jetzt bekommen! Halt's ab! Oh, yes! Oh mein Gott! Yes! Beat Boy! Cooler Devil Deal! Isaac war simpel. Und sie würden beide... Isaac... nicht extra. Tut mir leid. Das war ins Ding. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Wir brauchen sowieso gar kein Devil Deal. Wir brauchen sowieso gar kein Devil Deal. Luck up! Jetzt hab ich den Luck von 2. Hab ich noch nie. Hier nimm. So. Äh, nö. Not feeling lucky today. Ich möchte mein Glück nicht herausfordern. Oh! Wow! Ich war nicht vorbereitet auf so einen Raum. Boah, knapp. Äh, ja. Warte, lass mich... Hä? Ihr nehmt das Alte. Oh mein Gott, was ein schwerer Raum. Oh mein Gott, ich glaub ich schaff das nicht. Oh mein Gott, wie schwer. Äh, ich muss aufpassen. Du müsstest aufpassen. Genau deswegen. Isaac war simpel. Und sie waren beide Isaac. Rainer! Moms Heart. So, IG. Viel Glück. Machen richtig viel Damage. Das ist gut. Yes, yes, yes. Hö, das ist tot? Das war's? Äh, Alter, ich hab drei Achievements bekommen. Das war doch kein Adlyphs? Das war doch kein Adlyphs? Nein. Alter, Junge, wie viele Adlyphs? Ich dachte, jetzt kommt schon Adlyphs. Okay. Bist du bereit? Rein da? Was kriegen wir? Ja. 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 in die Mitte renne. Das ist nämlich mein großes Problem mit diesem Unigame. Mit diesem Modus. Dass ich immer in die Mitte laufe. Oh, Alter, dein Viech macht richtig viel Damage. Das ist ja voll cool das Ding. Ey, das ist nicht ein Viech, Mike. Das sind vier Viecher. Alter, ist das cool. Drei Viecher im Endeffekt meine ich. Drei Viecher, Entschuldigung. Drei Viecher, Entschuldigung. Drei Viecher, Entschuldigung. Komm hier, das schaffst du's. Du kannst mich beweiven. Ich hab drei Messer. Guck's das hin? Uh, jetzt nicht mehr. Mike, jetzt sind es vier Viecher. Jetzt kannst du mich nicht mehr beweiven. Kostet zu viel. Ah, das könnte jetzt mein Tod sein. Schade. Eigentlich ein ziemlich guter Run eigentlich bisher. Es ist ein sehr guter Run, was den items geht. Aber ich kann nichts gegen den die... Isaac war simpel. Und sie waren beide Isaac. Oh, wie hab ich mich nicht treffen lassen? Let's go. Zwei mal die Spinne, warte, ich versteck mich hier. Alter! Welche Spinne? Weiß ich nicht, welche weinst du denn? Oh mein Gott, ich will das Rechte haben. Obwohl, was, das linke ist ein Gupi-Item. Nimm das Gupi-Item. Nimm das Gupi-Item. Ja, okay, easy. Nicht easy. Oh! Hä? Wie suchst du tot? Ich weiß es nicht. Danke für die Pülle. Fuck. Gehen geschehen. W Friend. Ich rette dich, Egi. Ich versuch's zumindest. Oh, nicht der... Okay, das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich muss mich konzentrieren bei dem. Ist er tot? Junge, was ist denn ein Bullet-Hell? Hallo? Wo kommt der denn? Ey, wie unfair. Ja, ich schaff's nicht mehr. Tut mir leid. Bisschen unfair der Kampf, ne? Ist er tot? Heilige Scheiße. Der Deal. Oh. Nimm das Buch unten. Und benutzt es, äh, äh, benutzt es gleich, wenn du nimmst. Grip. Ich hab's gewusst. Was? Isaac war einfach. Und sie waren beide... Igi! Die Rebirth wurde kancelt. Was? Tim, Tim, Tim. Noch ein Run. Oh, mein... Das nehme ich. Das nehme ich. Ich will... Guppy sein. Ist das mein erstes oder mein zweites Guppy? Mein erstes, ne? Ja. Jopp. Okay. Okay, wir wollen im Grunde zwei Sachen hiervon haben. Wir brauchen Bomben. Geh mal in den Stachelraum, Mike. Ich will Meatball. Okay. Geh mal in den Stachelraum. Du hast den... Du hast zu full. Ja, ja. Nimm du. Danke. Gerne. Bereit? Moment. Ja. Kacke. Keine Kacke mehr. Die Dinger. Kleine Bastarde. Bist du... Fuck. Oh, fuck. Wer bist du denn? Ist der... Stark anscheinend, weil der mich getroffen hat. Spaß. Vielleicht ist er nicht stark. Hä? Schon tot? Mike, ich hab dich auch schon getroffen in real life. Bin ich jetzt auch stark? Bist du tot? Let's go. Oh mein Gott, wie groß bist du? Oh, wie süß! Digga, ich hab noch nie so'n riesigen Larry gesehen, Alter. Das ist nicht Larry. Ist das nicht Larry? Hieß er nicht so? Nein. Oh mein Gott. Du bist nicht. Yes! Der will! Der will! Der will! Der will! Der will! Oh, das ist kein... Dein Ernst, Mike? Dein... Hä? Das war's? Wisst ihr? Ich wollte nur gewinnen. Isaac war simpel. Und sie waren beide Isaac. Ich will das... Plopp. Plopp. Oh mein Gott. Mein Auge! Mein Auge, Iggy! Es tut so weh! Nein, ich dachte, hm, ich hab dir irgendwie die Karte gegeben, dachte ich. Das war im letzten Run. Erinnerst du dich, Mike? Was ist noch eigentlich jetzt? Es gibt so viele Timelines, Iggy. Mike. Ich bin durch so viele Timelines gesprungen, Iggy. Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt ist. Und was war. Das ist unerträglich! Oh, ich leb nachrück. Als ob das scheiß Auge nicht als Begleiter zählt. Nicht? Wow. Ich reiß's dir einfach nur mehr raus. Also Bob's Brain zählt, aber der nicht. Okay, ist ne scheiß Runde. Ich finde, es geht. Ich finde, das ist richtig schlimm. Oh, ich will haben! Dann nimm. Kannst du sowieso nicht nehmen. Ich... Ja, nimm du. Yes, Gapi. 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 Grip. Das hab ich gar nicht gemacht. Mir tut das halt wirklich in den Augen langsam weh. Da, ich hab's für dich beendet. Oh. 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 Warte. Moment. Wow. Das ist ein Hurensohn. Das macht der auch. Das ist voll schwer grad für mich. Nein! Da, 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 da. Nein, ich nutze! Warum muss graus recht der Termos kommen? Warum ändert sich das nicht immer? Oh mein Gott, du hast hier grad ein zweites Auge rausgerissen, Mike. Du hast es geschafft. Echt jetzt? Ja. Hä? La, wie? Alter, das Item wäre vielleicht doch auf Lilith besser gewesen. Oh mein Gott! Was ist der jetzt? Ich würde sagen noch mal rauf. Hoch? Einmal noch drauf. Drauf? Knopf? Ja, Knopf. Knopfi, Knopfi. Nein, das ist schnell verrecken. Ich kann ihn nicht. Ich weiß ja, was er macht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wer bist du? Oh! What the fuck? Was ist das für ein Boss? Ich kenn den nicht! Ein cooler Boss. Ja, sure, aber... Er macht mir Angst! Oh nein, da kommen die Finger. Schaffe ich ihn? Ja! Ja. Oh mein Gott, es ist schwer. Oh mein Gott, Egi. Nein! Was nehme ich? Was nehme ich? Ähm! Ich will dich retten, Egi! Du kannst das Coming System nehmen und hoffen, dass du ähm überlebst. was ist wenn ich dich heilen will heil mich genau deswegen Mike ich lebe yes wir haben es geschafft Diggi wir leben was mache ich aber zu welchem preis Mike bei dem Wort Kost sie E. 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 Wurz A. E. E. ich glaube das reicht für heute ich glaube wir sollten sagt mit nicht wir werden es noch mal versuchen und irgendwann versuchen es noch mal demnächst irgendwann ich hoffe ich hat es gefallen wenn ja dann lasst doch gerne mal ein lektor und abonniert auch ich würde sagen bis dann und ciao isaac and his isaac lived alone in a small isaac on a isaac was simple and they were both isaac